heute geht es einmal um meine ganz persönliche einstiegsdroge ja wer meinen kanal kennt oder sich ein paar videos mir schon angeguckt hat der hat es mitbekommen dass ich als junger mann ein polytoxikomane war also polytox war das bedeutet ich habe nur alle möglichen drogen reingezogen wo ich so lust darauf hatte wie es mir gerade zu querbeet kommen sind ich habe insgesamt drei therapien gemacht und eine nachsorge und bin seit 1999 clean ich bin ein schmerz habe chronische schmerzen ich habe fibromyalgie das bedeutet dass ich das mit tilidin bekämpfe und mit medizinischen cannabis allerdings nehme ich das alles nicht zu rauschzwecken das ist ganz selten wenn ich mal mir kein medizinisches leisten kann sondern vom schwarz markt mir was holen muss dass ich da mal ein bisschen stunder bin oder ein bisschen higher bin als normal und ja das kann ich dann aber schon verkraften wenn ich dafür keine schmerzen haben muss so das war es jetzt zu diesem thema jetzt geht es um meine einstiegsdroge was die allererste substanz war die ich in meinem leben genommen habe die mich dann dazu geführt hat was anderes zu nehmen und das war nikotin als ich noch ein kind war verführt worden sind wir damals wir kinder durch werbung im fernsehen gelieft damals noch im fernsehen zigaretten werbung tabak werbung und auch in den filmen wurde geraucht wie blöd jeder hat eine zigarette gehabt gab es deutsche filmproduktionen dann kinder geraucht und alle haben das gelacht und haben halt nicht geschimpft da ist nichts passiert es gab schokoladen zigaretten und kaugummizigaretten ja alles hat uns halt so das wäre das ein nahrungsmittel trinken essen rauchen die erwachsenen rauchen alle und im kino ich war auch als kind schon mal im kino da lief der tolle käfer und da lief natürlich davor auch werbung und da lief die marlboro werbung und wer die kennt der weiß was da für musik läuft und wer die nicht kennt der kann er hier auf youtube mal suchen das ist dieselbe erkennungsmelodie wie von den glorreichen sieben das ist so heroisch es gibt so ein richtiges gefühl beim kind löst es auf jeden fall noch ein gefühl aus zu dieser zeit auf alle fälle weil da war kino ja noch was spezielles das ist ja nicht so wie heute und ja wir haben wir haben cowboy und indiana immer gespielt das war halt das war seit kinder damals gespielt haben wir hatten ja keine playstation oder computer oder handys oder irgendwas wir hatten halt nur unsere fantasie und vielleicht von faschen noch irgendwie so ein kostüm ich glaube ich habe indiana kostüm cup das ausschaut wie von winitou das hatten so viele damals und so ein so federkranz und ja und da wollte ich irgendwann mal der cowboy sein und dann habe ich mir halt ein hut gewünscht und habe ja zu irgendeinem faschener meinen hut gekriegt und so eine pistole und und das von wieder rein war zum peng 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 und ich habe mir halt diese munition aufgehoben für den sommer und dann haben wir mit dem nachbarn jungen gespielt in hohen brunnen habe ich gewohnt und da war so ein kleiner weiher und da haben wir gespielt und dann sagt er ja und er ist hat der coolere cowboy oder irgendwo dann sage ich ja wieso dann zieht er schachtel zigaretten raus also da waren wir fünf sechs das war vor bevor ich in die schule gekommen bin also muss ich so vier fünf jahre alt gewesen sein und dann haben wir halt dann zigaretten gepafft das war das allererste mal wo ich von mir aus gesagt habe ich will das mal probieren da war ich hier ein paar jahre später mit meiner schwester auf dem feld draußen da war sie war vielleicht zwölf ne sie war schon älter ja sie ist ja ein paar jahre älter als ich also ich musste mal schon so fünf sechs gewesen sein da war sie wahrscheinlich 13 14 15 also wo halt kinder angefangen haben damals zu rauchen weil mit 16 war sie erlaubt und ein bisschen vorher haben wir dann die kinder schon angefangen und da hat es mir auch mal gesagt dann zieht er mal richtig erflungen und nicht bloß paffen da war ich halt dann noch mal erflungen da habe ich so kustet und das dritte mal das war dann mein bruder der ist halt auch gute elf jahre älter als ich da war schon volljährig und hat damals lord geraucht so das ist eine sehr schwache sorte eigentlich also wenig nikotin und so weiter drin aber er hat geraucht wie ein kette wie ein irrer und dann wollte er mich halt ärgern und hat ziehen zieh 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 und ich habe so lange gezogen wie man an einer pfeife oder pur pfeife ungefähr zieht weil da ziehst du ja auch klar auf lunge nicht lange im mund sondern klar auf lunge und ich habe da gezogen bis das husten angefangen und er hat halt nur gelacht aber das waren die allerersten berührungen berührungen mit drogen die nächste nummer war ja da war ich dann aber schon in der schule in der vierten klasse zweite dritte klasse so was muss das gewesen sein die vierte klasse musste ich ja wiederholen das sind wir ja auch umgezogen aber so kurz davor war das wir wussten nicht was alkohol ist wir hatten keine ahnung auch der nachbar junge wieder und ich wir hatten keine ahnung was das anrichtet und wir hatten durst das war sommer das war hitze um die 30 32 grad oder 35 ich weiß nicht aber richtig heiß auf alle fälle und da stand halt so ein kasten mit getränken drin und das war halt das bier von meinem vater dann haben wir halt jeder eine flasche getrunken und so ein kleiner junge wenn er einen halben liter bier trinkt da scheppert es gewaltig also ich war so besoffen boah schön war es nicht aber es hat mich auch nicht abgehalten das immer wieder mal zu machen zwar nicht so krass wie da aber ich hab öfter mal beim bäcker zugeschaut wie da gebacken wird und wie die brezenmark hergestellt werden und alles und hab halt da bei dem bäcker ab und zu gefragt darf ich mal trinken blablabla ich will kein alkohol ich will kein alkohol weil ich sehe es ja was das anrichtet ich möchte wenn ich nehme dann nehme ich was anders und so war es dann halt auch und dass dann halt ja ja gefahr dabei ist dass wenn du dann erwischt wirst oder irgendwann verpfeift die wegen irgendwas das polizei kommt dass du definitiv aufmengen da hast die ausschauen als wärst du ein händler und wer mehr kauft als wie nur ein joint der braucht auch eine waage weil er wissen will ob er beschissen wird oder nicht ja und schon hast du händler utensilien und dieses gestickelte geld stücken das markt das ist gelaber das gibt's nicht ja schau in der lidl kasse rein da hast du auch diesen stückelungen drin das ist ganz ein normales geld wenn ich ein bankomat gehe mit 200 euro abholen dann kriege ich auch 20er und 10er das ist halt so da braucht man keiner erzählen dass das immer dealer geld ist das liegt dann am anwalt dass man da wieder rauskommt aus der nummer aber ich finde halt das nicht in ordnung wie das alles so dargestellt wird dass es nicht fair ist zu behaupten kann aber es wäre eine einstiegsdroge weil so gut wie jeder junkie hat zigaretten geraucht vorher viele rauchen auch noch wie hänse junkies und zigaretten auch die folienraucher erst an der folie rauchen damit der zigarette hinterher damit schon fest in der lunge bleibt die geschichten die haben uns damals auch alle erzählt also ja soviel zu meiner einstiegsdroge peace out